Agent Mike Rodriguez ist ein Verräter. Nachdem er Sergeant Wells die Daten gestohlen hat und geflohen ist, hat er es dem Feind überlassen, den Scharfschützen hinzurichten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich bin drin. Wo genau ist dieser Huch? Keine Ahnung. Sie müssen die Gebäude durchsuchen, aber bleiben Sie unentdeckt. Das ist absolutes Sperrgebiet. Keine Spur von ihm. Versuchen Sie es mit dem Gebäude auf dem Hügel. Alles klar. Danke. Sie dürfen auf keinen Fall auffliegen. Alles klar. Keine Spur von dem Wichser. Zielperson ist in Sicht, aber ich habe keine Chance zu schießen. Er entkommt uns noch. Ich muss durch das Lager durchbrechen. Tun Sie, was nötig ist. Wir greifen an und versuchen, ihm den Weg abzuschneiden. Geil. 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 Das war's für heute.